Maxi, gibst du gerade mein Geld aus? Ja. Ihr werdet gleich vom Server gebunden, ich sag's euch. Driesing Nebenwirkungen, schreiben auch Sie ihr Schaden in die Kommentare oder lassen Sie es. Okay, dann fangen wir mal an und ich sage herzlich willkommen zu einem Dreiergespann, das ihr vermisst habt. Und zwar mit Fufu, Maxi und mir. Wow. Was machen wir heute? Wir schauen heute mal wieder in Roblox rein, aber jeder von uns darf sich ein Spiel aussuchen in der 18-Plus-Kategorie. Ich weiß nicht, was es bei Roblox zu suchen hat, aber ich dachte, wir schauen uns das mal an. Nur hat zu viel Spaß jetzt schon, bevor sie jemand was gesucht hat. Sie freut sich schon, sie weiß, was kommt. Es gibt Scariest Game Ever, Do Not Play. Es gibt Squid Game, Do Not Join, Do Not Play. Hä? Aber warte mal, sind wir denselben Sachen? Bei mir sind irgendwie so Uwu-Sachen und so. Gehen wir mal in Don't Join. Zeigt ihr denn alle schon 18? Äh... Fufu ist Mitte 40. Ich bin... Ich bin... Ich bin 14. Aber mit Mutti-Zette darf ich ja, glaube ich, spielen, oder? So, ich bin jetzt in einem Game. Hier sind ja voll viele Leute drin, Leute. Hier kommen ja voll viele Schweine rein. Genug! Bin drin! Genug! Yeah! Yeah! Wow! Wow! Okay, also wir haben ja noch ein paar andere Clickbait-Opfer, die hier rauf reingefallen sind. Lasst mal kurz... Kann ich hier durch die Tür irgendwie? Ich komme hier nicht raus. Warte, ist das ein Raum nur? Verarsch mich nicht, oder? Warte, dafür habe ich versucht zu joinen. Ey, man kann durch die Tür gehen. Wie denn? Ich komme nicht durch, weil ich wieder so einen Sch***en-Skin habe. Du musst seitwärts gehen, seitwärts. Wie geht das? Weiß ich nicht. Du spielst ruhig. Ich kann nicht seitwärts gehen. Ja, ich bin zu fett. Mann, meine dumme Pommes. Deswegen bin ich auch schon bei der anderen Note. Kann ich mich mal kurz irgendwie ändern. Das gibt es doch nicht. Jedes Mal bist du zu breit. Du gehst zu oft ins Gym. Was ist denn das für ein Riesen-Eichhörnchen? Ich komme schon wieder durch. Was ist das für ein Riesen-Eichhörnchen? Kannst du die Tür aufmachen beim Süßchen-Koala? Ach, hier seid ihr. Ich kann auch mit rein, warte. Nein! Nicht noch mehr. Bitte lass mich raus. Kommst du durch die Tür damit? Nein! Boah, mein Game bugged. Ich gehe noch mehr durch. Leute, jetzt habe ich aber was 18-Plus-mäßiges für euch dabei. Ach, du heilige Scheiße, ich muss hier weg. Nee, das ist gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich spiele mit einer Barbie. Hier ist 18-Plus, Leute. Ih, der Toilette ist auch Blut. Oh mein Gott. Warte, wo bist du? Ja. Ja, hier ist gut, super. Hä, du kannst dich da draufsetzen? Ich lege gerade ein Ei. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Oh, mein, das ist doch ein Glück. Wie hast du das gemacht? Warte, ich brauche eine Pause. Oh mein Gott, das ist einfach nur Clickbait gewesen, Leute. Wer hätte damit gerechnet? Aber Maxi mal... Ey, hier hängt eine... Ey, kommt doch runter. Oh, wie sie hier alle hinsetzen. Ja, mir... Oh, deswegen, wem Pufu-Girl. Das ist ein Web einfach. Alter, man kann ja durchgehen. Das ist das Geheimnis. Oh mein Gott. Hey, das ist doch wie bei Granny hier. Okay, also mein Anlauf war definitiv nichts. Ich würde sagen, jetzt darf Maxi entscheiden. Ach, du Kacke. 18 plus. Plus. Wieso ist Squid Game am Anfang? Wisse ich nicht, ist bei mir auch schon. Ich finde das dritte ganz cool. Do not play. Ich habe Soul Bathroom Simulator. Ich gehe drauf. Okay. Was passiert hier? Hä? Hä? Es gibt sogar welche, die haben einen Online-Rank. Genug, guck dir das an. Es gibt sogar einen Rank. Ah, ich bin in der Pfütze. No, ich stecke in der Pfütze fest. Es ist so laut. Oh nein. Oh, ich auch. Hilfe, ich bin total zusammengeknautscht. Hilfe. Man kann sein Abatazo geändern. Oh, Hot Top. Hot Top in Roblox oder was? Endlich streamen können. Komm mit, Leute. Ich zeige euch meine Räume. Oh, süß. Guck mal, ich bin gerade gar nicht wegen süß. Ah, ist noch Platz. Ja. Komm, Fufu. Komm rein. Lass mal Stream starten. Okay. Ich bin bereit. Okay. So, Leute. Willkommen zu einem neuen Stream. Hey, mach den Stream an. Ey, das ist einfach die verstörendste Scheiße, die ich seit langem gemacht habe. Ey, ich habe immer, ich frage mich die ganze Zeit gerade so, was mache ich hier eigentlich gerade? Komm mit dir, geht's dann. Oh, guck mal, hier kann ich was kaufen, dann kann ich hier rein. Oh, da gehe ich jetzt rein. Ich habe gekauft. Ach, 60 Minuten Onlinezeit. Maxi, gibst du gerade mein Geld aus? Ja. Ey, ich sehe aus wie ein überfahrener Hamster. Ich setze mich mal dazu. Was ist das hier? Oh Mann, das hat es dir ja richtig gelungen, das Geld auszugeben. Hier beim Partyhaus. Ja, wo ist es los? Ich komme. Wo? Ey, 18. Roblox 18 plus ist Scam. Die machen Dinge, die nur Erwachsene tun. Oh. Das ist wirklich 18. Wie geht das? Wie geht das? Ich will das auch machen. Hallo. Oh mein Gott, was passiert hier denn? Hier wird jemand umgebracht. Wie heißt das hier? Er ist nicht so Alex. Ist das Badewanne? Das ist geil für einfach, ich leg mich dazu. Hallo Hamster! Mua! Jatz, oh Gott, das sieht so doof aus! Warte, ich leg mich drauf! Schaut mal, meine Hände sind oben über den Rücken geklappt. Oh, hat der jemand Handschellen an? Dann ist es so cursed, ne? Ich will hier nicht mehr sein! Können wir uns den Leuten schreiben? Ey, guck mal, ich bin auf dem Brett oben drauf. Ich spring gleich ins Wasser. Oh geil, los Maxi, Köpper! Bereit? Zwei, eins! Oh, du hast es geschafft! Oh, du bist so cool! War es cool? Es ist mega geil! Es war wundervoll! Okay, ich würde sagen, Fufu ist dran! Do not play 18+, soll ich darauf gehen? Ich will es mir sehen! Es wird so... Okidoki! Warum bin ich denn... Wie sehe ich das? Schöner Kopf! Was ist das denn? Keine Ahnung! Wo ist mein Hopster? Das ist so cursed, was ist das denn hier? Das ist für ein creepy Haus! Ich will hier nicht reingehen! Willkommen zum Crazy Fun House! Es gibt 16! Wie sind hier schon wieder so viele Leute drin? Oh, ist meiner eigentlich... Oh, ich bin drin! Hä? Warum seid ihr tot? Hallo? Ich glaube, du darfst nur... Weiß? Ah, ok, nur weiß! Nice! Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Wir sind alle genauso gut! Ist das Kacke! Oh mein Gott! Habs! Nein! Wie nein? Ich hab so... Warum nicht? Nee! Darfst du nicht! Ich warte vorne auf dich! Nein! Nein! Ups! Ich bin im nächsten Level schon mal! Ich warte hier! Nein! Kann man rüberspringen komplett? Oh, man kann ja wirklich! Warte! Ich komme! Ich will das auch schaffen! Was ist das nächste Spiel? Nur unsere Hardcore-Gamerin! Ist wieder so ein Jump'n'Run! Das ist die Selena! Mann! Die wegen der Eimlich jetzt gestorben, weil ihr von mein Kopf gesprungen ist! Ok, komm! Kacke! Raus hier! Was sieht denn Sass aus? Hier, heiße Wagenfahrt! Heiße Wa... Was? Ich scheue dir einfach nach! Ist das dumm! Geh mal die heiße Wagenfahrt! Hot Cart Ride! Willkommen! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein... Und der fährst jetzt in den Ausschnitt, oder wie? Wie? Was ist denn ein Ausschnitt? Ach du Kacke! Jetzt sieht der aus! Na mal Platz! Perfekt! Wie komme ich hier rein, F? Warte, warte hier! Ich stelle mich auf euch! Und dann? Einfach reinsetzen! Also reingehen! Ah, jetzt! Schüss! Abfahrt! Wie fängt das jetzt an? Ah! Es gibt keinen Com von mir! Achso, das ist jemand aus der Community! Hahaha! Ah! Deswegen ist die immer da! Ich glaube, weil die alle drauf sind! Oh, warte doch! Achso! Weil die blockieren! Ich gehe hinten drauf! Ich drücke drauf! Aber es geht nicht! Ah, warte hier vorne! Achso, deswegen! Weil das eine ist... Ich drücke die ganze Zeit drauf! Aber die sind zu schwer! Hahaha! Ah! Ah! Hahaha! Vibe Place! Mhm! Wir gehen rein! Ich glaube, das ist der Mutterraum! Okay! Ich glaube, ich spüre hier was! Wir können jetzt zusammen Netflix schauen! Oh! Der Vibe Place! Ich chill hier mit meinem Monster! Was gucken wir? Oh! Netflix! Hahaha! Fufu! Ich bin bereit! Sie ist bereit für alles! Na, du genug? Komm her! Genug! Na? Mh! Wir werden gleich vom Server gebunden! Ich sag's euch! Korrekt! Ey, das ist bequem! Hey, Gnu! Deine Videos laufen hier! Wow, wie cool! Ja! Voll inhaltslos, oder? Hahaha! Wow! Was geht eigentlich da hinten mit Ebonies back? Sie ist feinlich! Können wir uns da hinsetzen und das ganze Spektakel begutachten? Wie kann ich denn eigentlich tanzen? Oh mein Gott, wie ich das seh! Das ist mein Tag! Du wachst jetzt den Top-Oder her, ey! Wenn ich um 23 Uhr den Streamhouse mache, genauso seh ich dann auch! Ach, so ein Overparty! Familie adoptieren! Hahaha! Da ist so eine Schwangere drauf! Raise a Family und so ein komischer Motortyp, der die Zunge rausdrückt! Hahaha! Ich krieg Angst! Hahaha! Laufen! Morphische Magie! Freunde einladen! Sitzen! Was zur Hölle? Warum laufen die alle oben ohne rum? So, hier ist gar kein Kind drin, was ich mir nehmen kann! Ich wollte mir ein Kind holen, aber das gibt's nicht! Klicke für Admin-Befehle! Kaufe für Admin-Befehle! Hier kaufe das aktuelle Wohnung! Also es ist wirklich einfach nur Scam und zockt Leute ab! Wir können uns ein Haus kaufen für 500! Ihr geht schon viel zu sehr into das Game! Ich muss es hier abbrechen! Die fangen schon wieder an zu schwitzen und mein Geld auszugeben! Äh, ja Leute! Das war auf jeden Fall Roblox 18! Das kauf ich mir auch noch! Hahaha! Das war auf jeden Fall Roblox! Äh, lasst euch nicht scammen! Das ist ja nicht mein Geld! Guckt immer schön rein, was so passiert! Nicht genügend Guthaben! Kaufe jetzt mehr! Ein Segway brauche ich auch! Das ist auch Premium-Hüte! Ist ja nicht mein Geld! Was ist denn das für ein Server? Hier ist mehr Werbung als auf jeder Seite, jeder Scam-Seite! Hahaha! Naja Leute, das war's! Checkt gern Fufu und Mexi unten in der Beschreibung ab! Wir haben auch was für sie aufgenommen und dann sehen wir uns! Und jetzt raus! Oh mein Gott, ich hab nen Kinderwagen! Mexi, raus aus meinem Account! Kinderwagen! Wer will rein? Wer will rein? Uh! Fufu, du kannst in den Kinderwagen! Fufu, du bist so schwer! Oh mein Gott, ich hab nen Kind, du! Ach ja, meine... Ich hab nen Kind! Ich hab nen Kind! Hallo? Was denn? Sagst du, dass ich fett bin? Ich ertrink dich jetzt! Das war's! Ertrinke, Fufu! Ja, mit dir! Los, runter mit dir zur Titanic! Was ist mit dir? Hahaha!